Vor der Baustelle 5 Kilometer Stoff und 20 Minuten Zeitgerüst. 20 Minuten Zeitgerüst auch in Linz. Auf der A7 Richtung Freistaat zwischen den Fondurchbinden, mit dem Ruf der Fölzbrücke im dicken Nachmittagsfeld. Auf der Tangente Richtung Kaltran, von der Hanson Kurve, bis zur Baustelle bei Stadt Blau, eine Dreiviertelstunde Zeitgerüstung, 15 Minuten länger, da es auf der A4 wird einwärtsabschlängert. Und dann auf die Grenzhalteseite. Eine Stunde Wartezeit auf der 1 am Walserberg, den Gau reist zurück bis auf die A7 bis Salzburg Süd. Und bei der Einreise nach Österreich auf der Elfer, den Karawanten von 14 Sekunden wartet. Vom schnellsten Verkehrsservice. So wird die Dreiviertelsterei geschlagen sein, im Studio Minervalli. Besamt die Bürgerin, Salzburg, Flachgau, haben einen Pfad in der Gruppe aus Frankreich für illegale Flüchtlinge gehalten. Zwei Mal müsste deshalb die Polizei auswirken. Berechtet die Dreiviertelstelle, der Guter Obermühler. Zwischen Eugendorf, Schweighof und Heimfeld, wo und Koppelsuchen, umstreifende Gattungen und Spezialkräfte im Polizeijugschrauber nach den 30 Jahren gegen Flüchtlingen. Es stellt sich heraus, die Besuchten sind passend aus Frankreich, die jeweils um 17 Jahre alt. Auch südländische Tüten sind dabei. Darum sich die anderen einladen Jugendlichen für Flüchtlinge. Es ist dazu von der Polizei. Allesamt sind Teilnehmer. Amen.